Haltet den Dieb! Kommt sofort zurück, Bruder! Fröhliche Weihnachten! Hallo Polizei? Ich wurde gerade vom Weihnachtsmann ausgeraubt. Stille, stille, stille Nacht, der Weihnachtsmann hat nix gebracht. Der alte Depp hat voll verkackt und dafür tret' ich ihm in den... Ich sag dir jetzt mal eins, Alter, dieses Jahr geh ich nicht pennen. Ich schnapp mir den Weißwärtigen und dann muss er aus einem prächtigen Sacken ordentliches Geschenk raustun. Genau! Schnabel halten, was ist das? Ho, ho, ho! Das ist aber mal ein hübscher Bus, der riecht nach Geld, nach viel, viel Geld. Mein Plan geht so, ich hau ihm auf die Rübe und du stoppst die Geschenke ab. Ja, wir nötigen ihn uns zu beschenken. Och, er ist es, der Rotbarockte. Cool! He, he, endlich kriege ich den Photonen-getriebenen Scooter mit doppelt genuteter Muffenzarge und seitlichem Einschiffen. Und ich meine Spaceframe-Alu-Skates. Und das Titan-Mountainbike. Oh, die CD-Sammlung beweist den Schmacken. Hey, Bommelbart! Du hast vergessen, unsere Strümpfe zu füllen. Wo ist denn jetzt mein Scooter? Und wo sind meine Skates? Los, hau rein! Zeig uns schon die Geschenke. Heute, Kinder, wird's was geben. Frohe Weihnachten, Enten! So kommst du uns nicht davon! Nö, nö! Wo sind die richtigen Geschenke? Meine Skellen! Mein Surfboard mit Mückenleder! Ha, ha, ha! Ich hab's dir nicht. Ich hab einen Fehler gemacht und eure Geschenke jemand anderem gegeben. Entschuldigung, meine kleinen Enten. Aber wartet mal bis nächstes Jahr. Ihr steht ganz oben auf der Liste. Viel Spaß, bis dann! Frohe Weihnachten! Dodo, du hast also unsere Geschenke verschenkt. Schwache Leistung, Alter! Dann stiefeln wir jetzt dahin und mopsen sie uns zu. Meint ihr damit etwa, wir sollen zu den Leuten in die Häuser gehen? Das find ich gut! Ihr könnt wirklich was für mich tun. Ich hab dieses Jahr zu viele Geschenke verteilt. Und ihr könnt mir helfen, sie zurückzuholen. In dieses Haus hab ich eure Geschenke gebracht. Ha, die holen wir uns zurück! Psst! Vorsichtig! Keinen Krach, ja? Wir wollen doch nicht die Kinder wecken, oder? Die Gören interessieren mich kein Stück. Hey, guck mal! Die Deko ist ja krass daneben. Ich fass es nicht, dass unsere ultracoolen Geschenke bei Leuten sind, die so einen rottigen Geschmack haben. Aber dieser Zwerg gehört ihnen ja gar nicht. Der Rauchstein sieht krass nach Platzangst aus. Das wird tierisch eng, Alter. Hey, rutschen wir nicht über den Kamil rein? Nein, das ist altmodisch. Und zu riskant. Ich mag das so lieber. Aber das ist doch völlig abtörnend. Das machen wir in die Tüte. Das ist krass unkorrekt. Was ist mit der Tradition, hä? Also gut über den Kamin. Lasst uns eine Leiter suchen. Leitern sind doch bloß was für Loser. Wir machen das im X-Duck-Style. Nach dir röttlichen Zappels. Gleich bist du schlagartig drin. Das sieht gefährlich aus. Und was ist hier drin? Oh, wunderbar. Du hast dich in der Hausnummer geirrt. Du Barteltier. Hier sind unsere Geschenke jedenfalls nicht. Dann versuchen wir es in einem anderen Haus. Oh, das ist aber hübsch. So, das wäre alles, was ich aus Versehen hierhergebracht habe. Hier wären wir. Aber es gibt keinen Kamin. Kein Problem. Wir mörteln einfach einen. Wow, das ist aber schön. Warum nehmen wir nicht einfach den Vordereingang? Schon gut. War eine blöde Idee. Oh, yeah. Nächstes Mal mieten Sie sich ein Haus mit Kamin. Was ist das? Wow, hübsch. Augenblick. Das sind meine Zwerge. Nein, die sind nicht für Sie. Ich bin der Weihnachtsmann und ich stelle hier die Regeln auf. Und dieses Jahr bekommen Sie das hier. Hergehört, Zauselbart. Wir haben die Faxen dicke. Das nächste Mal führst du uns zum richtigen Haus. Wir wollen jetzt sofort unsere Geschenke, oder? Das ist das Haus da? Na, dein Glück fehlt euch ein Frost. Seht euch das Tor an. Diese Leute verstecken bestimmt eure Geschenke. Gemeine Diebe. Gebt uns unsere Geschenke. Ich gehe nicht ohne meinen Scooter. Treffer. Los, zeigt euch, Gebet. Gefei, Klinge. Hey, Jungs, schritt auf damit. Das bringt doch nichts. Unverfrorenheit. Rutsch rüber. Ich hab'n Plachon. Und der ist perfetto. Das wird unser Durchbruch. Jo, 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 ihr Diebe. Wir holen uns nur, was uns auch gehört. Ruf die Polizei. Hey, wo sind denn hier die Geschenke? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Sagt mal, warum seid ihr um diese Zeit noch wach? Na, dann wollen wir mal hoffen, dass ihr das ganze Jahr über schön brav wart. Sonst gibt's nämlich nur die Route. Ho, ho, ja, mein Scooter. Meine Skates. Du Dieb. Du uncooler Baskar. Und, wart ihr Jungs auf Graf? Geht dich ein volles Läger. Du lang, Finger. Keine Sorge, ich bin der echte Weihnachtsmann, aber das ist dein Geheimnis. Keine Bewegung. Gott sei Dank sind sie gekommen, Herr Wachtmeister. Sehen Sie nur, dieser Holzrübe behauptet, er wäre der Weihnachtsmann. Den falschen Bart hat er auch noch. Oh, oh, die Gesichtsmatte ist echt. Natürlich, ich bin ja auch der echte Weihnachtsmann, du Trottel. Wieste, das hat man nur davon, wenn man den Leuten helfen will. Ach, lass stecken. Auf jeden, die Geschenke haben wir ja. Oh, 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 oh.